Husten? Okay, Solaris 12, wir haben eine Lösung. Oh ja! Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich die Pasta finde? Michael, der Herr, zweites Regal in seinem Obst. Dankeschön! Hey, Essen! Ähm, und wo ist Tom? Justin, wir haben ein Problem. Ich möchte das. Ich möchte das auch. Ich möchte das auch. Ich möchte das auch mit dem Tasten.